Alter, das war ne Reinwege! Pippi, es ist soweit! Jetzt gehört die Welt uns! Ein tolles Gefühl, so stark zu sein! Wow! Los, hol das Stückchen, Pippi! Hey, was ist los, damit auch zu verliehen? Keine Unverschämtheit! Haben Sie noch nie was von Leinswang gehört? Ach, alles klar, ich versteh schon! Das ist doch nichts weiter als heiße Luft! Na komm schon, Flexi, wir gehen ne Runde Gas! Langweilig! Hey, wir fühlen überhaupt keinen Wind in unseren Haaren! Oh, die Küsse! Oh nein, ich hab Migräne! Well, Flexi, siehst du, was ich sehe? Rund! Na, kleine Barbie-Schnute, wie geht's denn los? Hier müffelt's extrem nach Hund! Seht doch, die Schwanzflüge haben den Apparat aktiviert, Leute! Aber in der anderen Glasglocke befindet sich niemand, also werden wir nur transportiert! Und ihr bleibt schön, meine kleine Hempflinge! Du Loser-Doktor! Oh, na klasse! Ich bin ein muskelbepackter Hengst! Dankeschön! Dankeschön, Jungs! Kommt keinen Schritt näher! Wenn ihr meinen Körper anrührt, verpasst ich euch das hier! Jetzt macht ihr euch ein Tösschen, was? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!